Ich habe überhaupt keinen Plan vom Plotten und das will ich heute ändern. Aber was ist Plotten überhaupt? Das hier ist eine Maschine, die Dinge ausschneiden kann. Warum nimmt man dafür nicht einfach eine Schere? Naja, das Teil kann es halt sehr, sehr gut. Und mit dem ausgeschnittenen Zeug kann man dann Sticker herstellen, T-Shirts bedrucken und Schablonen herstellen. Alles Sachen, die ich sehr, sehr cool finde. Für alles, was da steht, habe ich ungefähr 500 Euro ausgegeben. Ob sich das am Schluss lohnt und ob das überhaupt wirklich so cool ist, wie ich mir das gerade vorstelle und ob das überhaupt leicht zu lernen ist. Ich werde es in der nächsten Woche rausfinden. Uh, ah, das ist Transferfolie hier. Hallo. Ja. 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 Okay. Ja. Gut. Hallo. Ciao. Hier habe ich bestellt. Bei Plotter Marie war 40 Euro günstiger als auf Amazon. Versuch es so oft, wie es geht, Amazon nicht zu unterstützen. Vor allem, wenn andere Shops einfach günstiger sind. Nicht gesponsert, by the way. Ah, das ist die weiße Rolle. Okay. Ein Set Vinylfolie. Schneidematte. Irgendwann kann ich mich hier drin gar nicht mehr bewegen, ey. Oh. Geil. Es gibt anscheinend kein Setup-Guide oder sowas. Ist das auch Verpackung oder kann das weg? Entfernen Sie das ganze Klebeband. Uh. 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 Das ist ja schick. Die leuchtet hier so. Software ist am Start. Oh Mann, 118 Seiten PDF. Ich habe hier diese Vinylfolie. Das wäre schon mal das Material, das man für Sticker braucht. Das ist eine schön hässliche Farbe. Mit der starte ich mal. Und jetzt gehe ich einfach mal hin und mache meinen Namen. Jetzt hole ich mir hier diese Matte raus. Lege ich mir das hier so da drauf. Ist ja auch nur erstmal ein Test. Und jetzt gutes Alters Lernen durch YouTube. Geil. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Messer, ich habe das auch irgendwo mal gesehen, dass man das irgendwo so reindrücken kann und so. Aber das heißt ja Automatikmesser. Also müsst ihr auch automatisch, müsst ihr auch automatisch machen. Das Programm leckt so ein bisschen. Ein bisschen lahm. So, Werkzeug. Late. Genau. Jetzt gucke ich mir mal an, was für Folie ich mir da gekauft habe. Nein. Mal habe ich hier einen Repeater und den habe ich ausgeliehen. Und jetzt habe ich hier so Kack-Internet. Ich brauche die Infos. Druck circa sieben. Okay. Geil. Okay. Es sieht so aus, als hätte der gar nichts gemacht. Man sieht schon mal nichts. Ich schicke es jetzt einfach nochmal los. Wow. Das kann man wirklich gar nicht erkennen. Jetzt ist es natürlich Murks geworden. Okay. Okay. Und jetzt muss ich das hier rausfummeln. Noch mehr Folie. Das ist auch eine Folie. Sehr super, super verpackt. Noch mehr Folie. Werkzeug. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schlechte Qualität, was ich hier bestellt habe. Das macht einen ganz guten Eindruck. Das hat hier viel zu wenig da reingeschnitten. Das sollte am besten nicht irgendwie im Dreck hängen. Nee, das ist irgendwie Murks. Scheiße. Gut, versuch es nochmal. Irgendwas stimmt doch an der Klinge noch nicht. Och Mann. Aber noch nicht so 100%. Komm, ich lasse einfach nochmal rödeln. Das ist irgendwie strange. Das N ist super und die anderen beiden Buchstaben sind... geht so. Außerdem ist es doch eine Autoklinge. Gerade ein bisschen überfragt. Sieht auf jeden Fall so aus, als ging da ein bisschen was. Es geht viel zu schwer, Mann. Oh, na ja. Das N ist super und das... Oh, ihr... Warum ist das N gut und der... Okay, ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen mehr reinfuchsen. Und hier mal aufräumen. Ich habe jetzt nochmal eine kleine Nachtschicht eingelegt und fünf Minuten recherchiert und direkt gemerkt, was mein Problem war. So sollte das Messer drin sein. So hatte ich das Messer drin. Ist ja klar, dass das dann nicht richtig schneiden kann. So, und das läuft auch schon richtig gut. Oben links ist es noch nicht ganz perfekt geworden. Dann ein bisschen die Einstellung geändert und besser geht es eigentlich nicht. Die negative habe ich mir hier draufgeklebt. Das sieht schon cool aus. So, aber eigentlich ist es natürlich so gedacht, dass das jetzt hier der Sticker sein soll. Dazu braucht man die Transferfolie hier. Das sollte jetzt auch ziemlich idiotensicher sein. Jetzt wird einfach diese Transferfolie hier so draufgeklebt. Dann wird es mit dem Rakel festgemacht. Ich habe mir extra nochmal solche extra Rakel mitbestellt. Nicht, ob das... Nee, das fühlt sich einfach... Das ist einfach Schrott. Geil! So, jetzt habe ich hier meinen Sticker. Klar, wenn ich den jetzt mitnehmen will, dann lasse ich den einfach hier so dann halt drauf. Externe Festplatte. Gucken, dass es halbwegs gerade wird. Shit. Das ist ja scheiße. Die Transferfolie hat viel zu viel Power. Ich will halt hier auch nicht so feste drücken, weil das halt eine externe Festplatte ist. Ich bin so stark, ich könnte die schon jetzt kaputt drücken, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Alter, warum geht das so schwer? Das Problem ist immer, wenn ich hier drauf drücke, dann drücke ich ja auch die Transferfolie wieder da. Auf den Sticker. Okay. Tada! Das ist schon mal richtig cool. Ich finde es bloß voll schade, dass man so aufpassen muss, wenn man die Transferfolie runterzieht. Weiß nicht, ob die vielleicht einfach bloß zu stark ist oder so. Aber so in etwa habe ich mir das vorgestellt. Jetzt kann ich hier überall irgendwelche Schriftzüge und Zeug draufkleben. Das ist schon mal richtig nice. Aber mehrfarbiger Sticker und so, das mache ich mal morgen. Ich habe jetzt Hunger. Ich habe noch gar nichts gegessen. Und zwar dachte ich, ich nehme einfach mal mein Logo und jetzt bin ich mal gespannt, ob das Programm mit Illustrator-Dateien klarkommt. Nein. Menomo. Der Vorteil bei einer Vektorgrafik wäre halt, dass ich so ein Endlich-Groß skalieren könnte, weil da keine Pixel dahinter stehen, sondern halt mathematische Formeln, die die Form beschreiben. Da mache ich es halt einfach als PNG ab, was soll's. Wow, okay. Da sieht man auch, wie hoch meine Auflösung ist. Also gut. Und jetzt hat er das anscheinend direkt schon erkannt. So, jetzt brauche ich... Ja, das war er jetzt schon wieder. Jetzt suche ich mir hier ein schickes Weiß raus. Ich weiß, streng genommen sind schwarz und weiß keine Farben, aber... Ist da Papier auf meiner Matte hängen geblieben? Ich gucke mal, was die kosten, wenn die... Weil irgendwann verliert die ja natürlich ihre Klebekraft. 15 Euro. Ist ja schon viel. Umso kleiner das ist, umso schwieriger wird es natürlich. Wenn es irgendwann zu filigran ist, dann geht gar nichts mehr. Das war Schritt Nummer 1. Jetzt will ich einfach bloß einen runden schwarzen Sticker, wo das Logo drauf ist. Klingt so ein bisschen wie der 3D-Drucker manchmal. Ein Ministück Transferfolie. Das Coole ist, die ist hier so leicht transparent, das heißt, ich kann mir das hier so anzeichnen. Geil, das klingt mal richtig gut, ey. Oder? Der Kreis ist ein bisschen zu klein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt besser runtergeht als gestern. Ah, ich glaube, ich habe auch einen Trick gefunden. Wenn man das so ganz flach abzieht, dann zieht man natürlich nicht so viel von dem Sticker unten drunter mit. Ja, geil. Mein erster zweifarbiger Sticker. Ey, und das ist saugut geworden. Also, das ist halt voll die hohe Auflösung. Ja, den können wir schon mal auf seinen Laptop kleben, oder? Ja, ich kann einen eigenen Sticker machen. Hat jetzt so 25 Minuten gedauert, aber es war ja auch das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Was natürlich nicht geht, sind so extrem filigrane und super mehrfarbige Sachen. Wenn ich mir hier zum Beispiel Bart Simpson angucke, der hat normal eine blaue Hose, ein rotes Shirt und ist gelb im Gesicht. Das sind jetzt noch nicht so viele Farben, aber der hat ja diese schwarze Outline, ne? Und das hinzukriegen, das so genau da drauf zu kleben, dass das zusammenpasst, das ist ja unmöglich. Es gibt aber auch so Folien, die lassen sich dann im Farbdrucker bedrucken. Und die kannst du dann hier scannen und dann ausschneiden lassen. Habe ich mir jetzt aber nicht geholt, weil ich auch keinen Farbdrucker habe. So, dann gehe ich mal ins nächste Thema. Schablonen für die Graffiti-Farben. Das Material gefällt mir schon mal sehr gut, weil das so leicht transparent ist. Das heißt, wenn ich das irgendwo drauflege und dann drauf zu sprühen, dann sehe ich noch, was unten drunter so los ist. Aber das muss man jetzt ohne die Schneidematte da reinlegen, weil ich will ja durchschneiden. Ah, und jetzt kann ich hier, ah, cool, jetzt kann ich hier einstellen, wie groß mein Gedingst ist. Sieht doch gut aus. Und jetzt muss ich mich informieren, was das für Einstellungen braucht, das Material. So, wo habe ich das gekauft? Warum packen die nicht einfach hier so einen kleinen Zettel mit rein, wo die Einstellungen mit draufstehen? Oh Mann! Also man braucht Platz für so einen Teil, ey. Hm, naja. Aber manche Stellen gehen da nicht ganz raus. Ist an manchen Ecken noch ein bisschen unsauber. Aber es ging jetzt so super schnell. Vielleicht habt ihr das Video gesehen, wo ich meinen Ikea-Couchtisch aufgemöbelt habe. Da habe ich die Schablonen ausgedruckt und dann immer mit diesem Bastelmesser hier ausgeschnitten. Und da hätte ich für das jetzt locker eine Viertelstunde gebraucht. Und ich glaube, wenn ich hier mit den Einstellungen noch rumspiele, dann kriege ich das noch besser hin. Schablone, Voreinstellungen. Probieren wir es mal so. Eieieiei. Oh, da geht ja gar nichts. Es wird nicht besser. Warum geht es denn jetzt nicht mehr? Das war ja der beste Versuch. Oh Mann, ich verstehe es nicht. Warum hat das beim ersten Mal so gut geklappt? Ich dachte, ich muss nur noch fein justieren. Klinge sieht auch noch okay aus. Zwei Stunden später. Und so circa 25 Tests später. Habe ich jetzt, glaube ich, endlich Einstellungen gefunden, die funktionieren. Nicht optimal funktionieren, aber sie funktionieren. Alter, ich habe mir gerade ausgerechnet, eine Folie kostet ungefähr einen Euro. Ich habe jetzt schon drei Euro verschwendet. Messertiefe 2, Anpressdruck Maximum, Geschwindigkeit 2, Durchgänge 5. Ich verstehe es nicht. Okay. Was jetzt hier passiert ist, er hat es so gut geschnitten. Dadurch löst sich das Teil schon raus und dann stellen sich solche Ecken nach oben. Und dann bleibt er hängen, wie man es gerade gesehen hat. Ich habe das Design leicht größer gemacht und schon ist es wieder ganz andere Einstellungen. Aber einfache Lösung, ich mache es nochmal. Ich verschwend übelst die Folien. Und mache halt nur einen Durchgang. Und wenn es dann noch nicht passt, dann mache ich noch einen Durchgang. So eine Sche... So, das ist noch ein bisschen zu wenig. Das heißt, ich jag es jetzt einfach nochmal durch. Und jetzt noch ein Durchgang wäre mir zu riskant. Guck mal, das geht doch schon voll gut. Sehr gut. Ja, funktioniert. Eigentlich hätte das mit den Schablonen echt nur so eine Randnuss jetzt in dem Video hier werden sollen. Aber jetzt habe ich vier Stunden dafür gebraucht, ey. Aber jetzt, da ich so halbwegs weiß, wie es geht, muss ich doch schon sagen, dass es damit dann doch angenehmer ist, als es mit der Hand auszuschneiden. Weil da musstest du immer so mega hart drücken. Es hat ewig gedauert. Und so genau wie mit dem Gerät kommst du mit der Hand natürlich nicht hin. Man muss sich halt damit abfinden, dass man danach an der Schablone noch ein bisschen rumpubeln muss, um das Zeug rauszukriegen. Dem aufmerksamen Zuschauer wird vielleicht aufgefallen sein... Hier steht noch so eine mysteriöse Kiste rum. Das wird die Königsdisziplin. Aber da gucke ich morgen rein. Ja, also mein Name ist Niklas und ich halte heute einen kurzen Vortrag über das Textilien bedrucken. Kann ich einfach... Okay. Also Textilien bedruckt man seit 1700... 1700 irgendwas. Okay, kleiner Exkurs. Man kann Textilien nach allem, was ich weiß, zu Hause entweder mit einem Siebdruckverfahren bedrucken oder halt beplotten. Siebdruckverfahren ist eigentlich cooler. Pass auf. Ich habe mal so die ältesten Shirts, die ich zu Hause habe, rausgesucht. Das ist hier schon über 10 Jahre alt und das Ding ist einfach immer noch mega gut. Da wird die Farbe einfach durch ein Sieb auf das Textil draufgedrückt. Deswegen Siebdruckverfahren. Die andere Art ist, ihr presst eine Folie auf euer Textil drauf. Die Folie verschmilzt mit dem Stoff und ihr habt euren Druck. Das T-Shirt hier ist früher mein absolutes Lieblings-T-Shirt gewesen. Ist jetzt auch schon über 10 Jahre alt und das wurde wohl damals mit dem Verfahren bedruckt. Man sieht hier, das ist der große Nachteil. Das fängt irgendwann an, so aufzuspringen und so rissig zu werden. Man muss aber dazu sagen, dass ich das bestimmt schon 200 Mal gewaschen habe. Und ich finde, es sieht fast ein bisschen gewollt aus. Also so schlimm sieht es gar nicht aus. Aber man kann es noch tragen. Das T-Shirt ist sogar noch älter. Das benutze ich auch nur noch als Schlafshirt und da sieht der Druck sogar noch besser aus. Das hat einfach schon mega die Löcher und so. Also man sieht, wenn man eine gescheite Folie verwendet, dann hält es ewig. Problematisch wird es mit der Folie bloß dann, wenn ihr so ein großflächiges Design habt. Weil dann habt ihr so eine komische steife Schicht auf der Brust, die euch da so rumwabbelt. Aber auch hier, das Shirt ist einfach von 2006 und der Schriftzug ist noch voll in Ordnung. Und ich trage das auch noch so als Unterhemd und so. Wenn man eine gute Folie benutzt, dann sollte das passen. Ich glaube, Siebdruck lohnt sich halt dann, wenn man ein Shirt wirklich 100 Mal ausdrucken will oder so. Und das ist bei mir ja nicht der Fall. Gut, dann bin ich fertig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich war im Vorträge halten eigentlich ganz gut. Besser als Mathe. So, und weil das jetzt ein bisschen narzisstisch wäre, jedes Mal mein Logo zu verwenden, habe ich hier noch ein Logo von jemand anderem rausgesucht. Das ist das Haare-Nice-Socken-Fly-Logo von meinem Lieblings-Webber aktuell Dexter. Nachzeichnen. Geil. Das ist echt cool gemacht. Das geht echt einfach. Dann sollte das die Folie hier oben sein. Okay, fühlt sich direkt ganz anders an. Muss mal irgendwie gucken, was oben und was unten ist. Also man soll das hier an der Ecke so ein bisschen aufziehen und dann hat man eine durchsichtige Seite und eine nicht durchsichtige Seite logischerweise. Das ist die Seite, die man schneiden muss. Jetzt haben die wieder nicht dazu geschrieben, welche Einstellungen die zum Schneiden verwenden. Und auf der Website steht auch nur, welche Einstellungen die verwenden zum Pressen. Toll. Nehmen wir jetzt einfach mal hier die Standardeinstellung für Flexfolie. Das geht ganz gut, ey. Bin überrascht. Nach dem Debakel gestern, ey. Die sind so ein bisschen tricky hier. Aber das geht super. Das würde ein bisschen dauern. Wow, das ging jetzt schneller, als ich gedacht habe. Zehn Minuten habe ich gebraucht. Und jetzt kommt es so rum aufs Shirt. Deswegen nochmal spiegeln, wenn man Schrift hat oder so. Eigentlich wird es dann drauf gebügelt, aber ich habe gar kein Bügeleisen und ich habe mir natürlich was anderes besagt. Das ist eine Hitzetransferpresse. Die ist ganz schön gut eingepackt. Sind hier T-Shirts dabei? Ist ja weird. Hm, dieser Geruch von richtig billiger Elektronik. Okay, sie bedanken sich gerade zum fünften Mal, dass man sich für das Produkt entschieden hat. Sie scheinen selbst nicht ganz so überzeugt davon zu sein. Oh, das riecht alles so übel, ey. Ich habe jetzt noch eine Schraube übrig, aber ich glaube, das ist nicht so wild. Also die sind sehr genau. Die schreiben 150 bis 180 Grad, 6 bis 10 Sekunden. Deswegen habe ich drei Dinger gemacht, da kann ich ein bisschen ausprobieren. Das ist einfach super krass billig. Eins habe ich bei meinem Super-Vortrag noch vergessen. Bestecken ist natürlich die Königsdisziplin. Erstmal so ein bisschen drücken, damit das T-Shirt wie gebügelt wird halt. Das ist aber trotzdem mega faltig. Ich bin gespannt, ob das geht, weil da der Kragen von der anderen Seite runter ist. Backpapier dazwischen, damit es nicht anhängt. 170 Grad hat es erreicht. Und die Zeit, das geht nicht automatisch hoch, sondern das ist halt einfach bloß ein billiger Timer. Drücke jetzt. Mein erster Erpresser. Boah, ich glaube, das ist aber das Gerät, was da so stinkt, ey. Alter, das ist ja sauheiß. Hm, hat nicht so richtig geil gehalten. Ja, wenn ich es von der Seite abziehe, naja. Soll man aber das nochmal fixieren? Nee. Weil ich glaube, das hält nicht wegen dem Nacken. Also wegen dem Kragen hier auf der anderen Seite. Probieren wir es mal auf die Brust. Oh ja. Ah, das scheint funktioniert zu haben. Nochmal so zwei Sekunden nachpressen. Sieht doch geil aus, oder? Jetzt noch auf dem gescheiten T-Shirt. Vor allem, ich glaube, ich habe mehr die Achsel getroffen als die Brust. Alles Übungssache. Ey, ich finde, das sieht richtig gut aus. Jetzt gefällt mir die Farbe sogar. Und ich bin auch erleichtert, dass man nicht so viele Tests braucht, weil stell dir mal vor, du würdest das jetzt auf ein gutes T-Shirt draufdrucken. Und dann wird es nichts. Und dann hast du ja dann das ganze T-Shirt versaut. Ich werde aber auf jeden Fall immer erst auf ein altes Stück Stoff drucken und dann gucken, ob es funktioniert. Ich hätte euch noch gerne so viel mehr gezeigt, aber es war einfach so eine stressige Woche. Ich habe gestern noch bis um eins geschnitten. Ich werde auf jeden Fall noch so eine Art zweiter Teil machen, weil ich ja jetzt alle Themen nur so ziemlich oberflächlich angegangen bin. Aber ich bin mit den Ergebnissen schon mega zufrieden, ey. Der Sticker sieht voll geil aus. Das sieht cool aus. Natürlich die Frage, wie viel Wäschen das jetzt aushält, aber es gibt wohl Folien, die sind so gut. Die halten wie bei gekauften T-Shirts. Ich zeige euch mal in mein Zimmer hier. Seht euch diesen Saustahl an, ey. Ich hätte vielleicht zwischendrin auch mal aufräumen sollen, glaube ich. Beim letzten Mal habe ich euch mein Fahrrad gezeigt. Janus schreibt, die Gegend ist voll schön. Ja, das kann ich bestätigen. Ich wohne hier echt voll gern. Ob ich mal Geocaching ausprobieren kann, steht auf meiner Liste. Ich muss bloß noch ein Programm finden, mit dem man sein Handybild aufzeichnen kann. Also wenn da jemand eine Empfehlung hat, gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht gesucht. Mit einem habe ich noch geschrieben, da hat sich das Rad gekauft und erst dann mein Video gesehen und freut sich jetzt noch mehr aufs Rad. Cool. Sowas zu lesen ist echt witzig. Okay, ich moderiere jetzt mal ab, sonst habe ich noch mehr zum Schneiden. Bis nächste Woche.